Der nächste Krupps Kaffee-Vollautomat von Medermarkt in Bayreuth geht nach Heimbronn an Familie Klieber und die Mama ist die Nicole. Hallo! Und der Vincent ist da! Hallo! Vincent, wie macht denn der Tiger? Schaut mal, das ist die Antonia! Sie ist so süß! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch an Karl Heinz, an den Göttergarten, der arbeitet in der KSB. Schönen Gruß!